Heute befassen wir uns mit einem Betriebssystem, welcher zwar schon seit 2011 veröffentlicht wurde, aber erst 2015 so richtig aufblühte in seiner Version, wie wir es quasi heute kennen. Die Rede ist von der Nummer 3 auf der distrowatch.com Liste, nämlich Manjaro Linux. Manjaro Linux gibt es in sehr, sehr vielen Variationen. Zum einen gibt es die Haupteditionen mit XFCE Desktop, mit Plasma oder auch GNOME. Ebenfalls sehr interessant finde ich auch die Community Editionen, unter anderem mit dem Budgie Desktop, Cinnamon Desktop, Deepin, i3, Mate und Sway. Für das heutige SonntagsOS möchte ich mal i3 ausprobieren, denn den i3 Fenstermanager, den haben wir noch gar nicht behandelt hier in der Reihe. Und dann werde ich das Ganze auch gleich mal herunterladen. Ich lade immer gerne die Torrent-Dateien entsprechend runter, um die Spiegel-Server zu entlasten. So, und während das runterlädt, möchte ich auch hier gleich nochmal einen kleinen Tipp loswerden. In der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem Sohn-Typ-im-Internet Community Space. Dort gibt es zwei Räume, einmal Ankündigung und den eigentlichen Chatraum. Hier könnt ihr und wir mit mir zusammen chatten und Fragen stellen, Tipps geben, Hilfestellung geben oder so einfach ein bisschen Spaß haben. Einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen, einen Account anlegen und dann diesen beiden Räumen hier in dem Space hinzufügen. Nun aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Der Download ist quasi gleich beendet. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir Manjaro Linux. Ist sogar schon zu Ende in der Version 21.1.2 mit i3 Fenstermanager. Mal was ganz Neues. Und dann erstellen wir auch gleich mal eine neue virtuelle Maschine. Gehen dann auf Durchsuchen. Da ist es auch schon. So, hier ist es. Auswählen. Hat er nicht erkannt. Es ist ein Arch. Weiter. So, ungefähr 4 GB an Speicher sollten reichen. Und damit das Ganze auch flott geht, gebe ich 6 meiner 12 Kerne. Und ich vergebe 50 GB an Speicher. So, Manjaro. Ja gut, sollte man da noch das Ender zunehmen. Weiter. So, hier trage ich ein, dass ich ein UEFI-System habe. Dann können wir eine ganz normale UEFI-Installation durchführen. Schalten das CD-Laufwerk noch ein und sind quasi startklar. So, hier im ersten Grub Bootloader habe ich jetzt die Möglichkeit schon Tastatur und Lokalisierung einzustellen. Und zwar die deutsche Tastatur möchte ich haben. Oder beziehungsweise die Sprache auf Deutsch möchte ich haben und die deutsche Tastatur. DE, da haben wir es. Dann die Zeitzone ist Europa Berlin. Und ja, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit einmal mit den Open-Source-Treibern zu laden oder auch mit peritären Treibern. Zum Beispiel, wenn du eine NVIDIA-Grafikkarte hast. In dem Falle reicht mir das aus mit Open-Source. Ich habe AMD ATI. Und da ist der Desktop auch schon gestartet, hier mit dem Manjaro Hello-Bildschirm und natürlich alles auf Deutsch. Und ich möchte mal wenigstens noch schnell die Auflösung ändern. Dazu öffne ich das D-Run-Menü, das D-Menü und mache A-Render. Das ist Backgrounds. Dann gucken wir mal ganz fix, was haben wir hier. Verlauf speichern brauchen wir jetzt nicht. Dann Ausgabegerät Virtual 1. Auflösung ist diese. Und dann setzen wir die auch so. Und speichern brauchen wir das Ganze jetzt nicht. Weil es ja dann sowieso gleich wieder neu lädt. Ja, durch die Änderung der Auflösung ist natürlich das Hintergrundbild ein bisschen verschoben. Das ist aber nicht so schlimm. So, dann können wir hier den Installer direkt starten. Und da ist er auch schon, der Calamares-Installer. Hier ist schon auf Deutsch eingestellt. Die Zeitzone hatten wir ja eben auch schon eingestellt. Und hier die Tastatur. Da hätte ich gerne die No-Dead-Keys, weil hier oben die Tasten ja auch noch da sind. So, einmal weiter. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auszuwählen, ob ich eine Swap-Partition haben möchte. Und auch, welches Dateisystem ich installiert haben möchte oder formatiert haben möchte. Ich belasse das jetzt einfach so, wie es ist. EXT4 und keine Swap-Partition. Da wird dann nämlich eine Swap-Datei erstellt. Und dann gehen wir auf Weiter. Und hier sind wir schon bei dem User-Account. Passwort, ein sicheres und das gleiche Passwort für das Administrationskonto. Einmal weiter. Und hier kann ich mir jetzt noch ein Office-Paket aussuchen. Entweder gar kein Office-Paket, LibreOffice oder FreeOffice. Ich nehme LibreOffice und gehe auf Weiter. Dann kommt noch eine kurze Zusammenfassung. Und dann einmal installieren. Also Manjaro zu installieren, egal welche Desktop-Umgebung oder welcher Fenstermanager, ist wirklich sehr, sehr einfach und geht wirklich sehr zügig. Alles erledigt. Manjaro wurde auf dem Computer installiert. Und jetzt können wir einfach neu starten. Da Manjaro erkannt hat, dass es das einzige System ist auf dieser Festplatte, wurde das Grub-Menü jetzt nicht angezeigt. Und hier sind wir auch schon im Login-Screen. Und dann loggen wir uns mal ein. Und hier kommt noch mal die Frage nach dem Verlauf. Speichern mit ClipIt. ClipIt ist ein Tool, das im Hintergrund läuft. Und kann alles, was ich kopiere, würde er in den Verlauf speichern. Leider eben auch Passwörter. Und deswegen möchte ich das jetzt erst mal nicht. Gut, bevor wir richtig loslegen, müssen wir uns erst mal um die Bildschirmauflösung kümmern. Normal ist es so, wenn du Manjaro auf einer richtigen Hardware installierst, dann hat er die Bildschirmauflösung automatisch erkannt. Da musst du nichts machen. Aber hier in der virtuellen Maschine wird das jetzt notwendig, hier eine kleine Änderung durchzuführen. Ich bin in Workspace 2 gegangen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und mit Mod, also der Windows-Taste und D öffne ich dann das D-Menü ganz oben und öffne nochmal A-Render. A-Render lasse ich auch im Hintergrund ausführen. Und A-Render speichert im Prinzip die Auflösung des jeweiligen Bildschirms oder der Bildschirme, wenn es mehrere sind. So, ich möchte diese Auflösung haben. Allerdings bleibt die nicht, denn sobald ich mich auslogge, wieder einlogge oder das System neu starte, würde alles wieder zurückgesetzt sein. Also muss ich diese Auflösung jetzt erstmal abspeichern unter dem Namen display.sh. Einmal speichern. So, dann kann ich das jetzt beenden. Und mit Mod, also der Mod-Taste, die Mod-Taste ist immer die Windows-Taste. Wenn ich also Mod und irgendwas anderes sage, dann ist damit immer die Windows-Taste gemeint. Mit Mod Enter öffne ich ein Terminal. Und dann gehe ich jetzt in diesen Ordner Screen-Layout rein. Denn da befindet sich jetzt die display.sh-Datei. Die muss ich jetzt ausführbar machen. chmod plus x und dann display.sh. So, jetzt haben wir diese schon mal ausführbar gemacht. Wir können die uns gerne auch mal anschauen, was da jetzt drin steht. Im Prinzip steht da nur eine Zeile drin, nämlich das Programm X-Render wird ausgeführt und setzt im Prinzip für den Virtual 1 Display die Auflösung fest und die Position, wo das Bild anfangen soll. Also ganz oben links an Position 0 mal 0. Und dann kann man hier nach und nach noch mehrere andere Bildschirme einrichten. Die haben wir aber nicht. So, dann können wir hier wieder raus mit Doppelpunkt und Q. Und damit diese Datei, die display.sh, da automatisch bei jedem Start quasi gestartet wird, muss das Ganze noch in die i3-Konfigurationsdatei eingetragen werden. Das machen wir mal schnell. Mit Vim natürlich. Dann auf Punkt i3 und slash config. Da befindet sich nämlich die Konfigurationsdatei. Und dann machen wir das Ganze gleich hier so ziemlich am Anfang. Mit exec. Das leitet quasi einen Ausführen-Befehl ein. Und dann, was er ausführen soll. Dazu gehen wir jetzt einfach von ganz von Anfang an. Slash home slash typ slash Punkt screen layout und dann display.sh. Einmal speichern und beenden. Und ob das Ganze geklappt hat oder nicht, das finden wir raus, indem ich jetzt einfach nochmal mit Mod 0 auf E wie Exit gehe. Dann werde ich ausgeloggt, gebe nochmal das Passwort ein, logge mich ein und jetzt bin ich quasi eingeloggt mit der richtigen Auflösung. Und jetzt ist das Hintergrundbild auch, ja, hat sich das vernünftig verteilt. Gut, so, dann können wir jetzt loslegen. Ja, das ist alles ein bisschen anders. Bei einem Fenstermanager ist das Ganze ein bisschen anders als zum Beispiel bei einer Desktop-Umgebung, wo das Ganze dann irgendwie auch grafisch dann gemacht wird. Und, ja, da gucken wir aber jetzt gleich mal, was wir hier so alles, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben. Zuallererst möchte ich kurz schauen, was hier Manjaro Hallo ist oder Manjaro Hello. Das ist quasi so ein, ja, in Einführungsfenster. Da kann ich mich nochmal in das Wiki einlesen. Ich kann Software herausfinden in das Forum. Ich kann spenden oder habe hier auch nochmal eine Applikationsliste von Sachen, die ich noch nachinstallieren kann. Das Manjaro Hello kann ich jederzeit im Prinzip aufrufen. Gut, das fließen wir jetzt aber mal und schauen uns mal den Desktop an. So, das Desktop selber ist ein wunderschönes Hintergrundbild. Ich kann übrigens keinen Rechtsklick machen. Rechtsklick gibt es in einem Fenstermanager in der Regel nicht. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie Openbox zum Beispiel. Und dann sehen wir hier zwei Sachen, die im Desktop integriert sind oder auf dem Bildschirmhintergrund integriert sind. Das ist einmal hier unten links, so eine Kurzbeschreibung mit Tastenbefehlen und oben rechts, ja, so eine Systemübersicht oder Zustandsübersicht des Systems. Hier sieht man dann, was gerade läuft, wie viel Rahmenspeicher gerade verbraucht wird und auch, welcher Kerne gerade hier installiert ist. Das ist der 5.13.13. Und diese kleine Anwendung, die hier läuft, ist Konki. So, ganz unten sehen wir dann eine, ja, Leiste. Das ist die i3-Leiste und da werden dann auch nochmal ein paar wichtige Sachen angezeigt, wie zum Beispiel meine lokale IP-Adresse, meine LAN-IP-Adresse und auch, wie viel Festplattenspeicher ich gerade belegt habe. Gut, so, der Unterschied bei einem Fenstermanager, wie zum Beispiel i3, im Gegenzug zu einer Desktop-Umgebung ist, dass wir hier im Prinzip kein, ja, Startmenü oder Ähnliches haben, wo wir jetzt draufklicken können, um uns alles anzeigen zu lassen. Und dafür gibt es dieses kleine Helferlein hier unten, der mir dann genau sagt, wie ich, ja, was öffnen kann. Hier steht immer Mod und Enter oder Mod, Shift und Q und so weiter. Das Mod ist die Modular-Taste und das ist in dem Falle die Windows-Taste. Man kann sie in der Konfiguration auch ändern, wer jetzt zum Beispiel eine Tastatur ohne Windows-Taste hat, die gibt es ja auch, der kann dann zum Beispiel als Mod-Taste auch die Alt-Taste festlegen und dann kann man quasi Alt, Enter oder Alt, Shift, Q und so weiter drücken. Ja, in dem Fall ist es aber die Windows-Taste und hier hatten wir ja eben schon gesehen, wenn ich Mod und Enter drücke, dann öffnet sich quasi ein Terminal und mit Mod, Umschalt, Q kann ich das Terminal wieder schließen. Ja, also Mod, Shift, Q, Kill, Focused heißt das also. So, jetzt kann ich hier Mod und F2 einen Browser öffnen, das machen wir mal, Mod und F2 und dann schauen wir mal, welcher Browser vorinstalliert ist. Und das ist interessant, es handelt sich dabei um Pale Moon. Also gar nicht Firefox, wie sonst häufig, sondern, ja, Pale Moon, so quasi ein Firefox-Fork. Mozilla Firefox vor Manjaro Linux. Ich muss ehrlich zugestehen, ich kenne Pale Moon gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes ist. Es ist auf jeden Fall anders und sieht auch ein bisschen anders aus vom Design her. Ja, und ja, dann machen wir das auch noch weg. Gut, machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? D-Menu steht hier, Mod und D, das machen wir mal. Und das hatten wir eben auch schon gehabt. Dann öffnet sich hier oben quasi eine, ja, Leiste. Und hier kann ich im Prinzip alles aufrufen und starten. Allerdings muss ich dazu wissen, was ich bereits installiert habe. Das ist halt so das Einzige. Ich mache mal Escape, dann ist das wieder weg. Dann hier gibt es noch ein B-Menü mit Mod-Kontroll-B, also Mod-Steuerung-B. Ah ja, und dann öffnet sich quasi so eine Art Toolbox auf Konsolen-Basis. Und dann kann ich mich hier quasi, ja, hier durchschalten. Ich mache mal 5 Web-Browser. Was haben wir hier? Displaying Web-Browser. Da wird mir jetzt hier beschrieben, wie ich W3M nutzen kann. W3M ist quasi ein Web-Browser, den ich ausschließlich in einer Konsole verwenden kann. Das ist ziemlich interessant, da mal ein bisschen rumzuprobieren. Hier gibt es auch einen Musik-Player. Wenn ich M drücke, so, dann würde mir jetzt hier ein, ah ja, das startet nur ein bisschen langsam. Im Prinzip ist das hier jetzt quasi sowas wie ein Musik-Player. Und da würde mir dann jetzt auch, wenn ich Musik in meinem Musik-Ordner hätte, würde mir das tatsächlich hier auch angezeigt. Und dann könnte ich das abspielen. Sehr interessant. So, wir machen das aber mal wieder beenden. Und was haben wir noch? Mit Mod und Set gibt es ein sogenanntes Morg-Menü. Ah ja, und das Morg-Menü ist wohl das, was einem Start-Menü wohl am nächsten kommt. Und zwar habe ich dann jetzt hier die Möglichkeit, mich durchzuklicken. Einmal Accessories. So, da wird mir dann das angezeigt, was unter Accessories drin ist, wie zum Beispiel Nitrogen. Da gucken wir gleich, das sind die Hintergrundbilder. Vim XF-Burn ist drin. Sehr schön. Und hier steht auch About XFCE. Das heißt, das i3 oder zumindest der Unterbau, da ist viel von XFCE mit drin. So, was haben wir noch? Audio. Da haben wir nur das Volume-Icon. Das ist das, was sich ganz unten in der Leiste hier befindet. So, dann haben wir noch Education, LibreOffice-Math. LibreOffice haben wir ja installiert gehabt als Office-Paket. Das ist hier komplett LibreOffice mit allem drum und dran. Können wir gleich mal öffnen. Sehr schön. Ja, und dann habe ich hier LibreOffice, kann ich quasi sofort nutzen. Und ja, das ist dann hier das Startbild. So, machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Education. Ach so, das LibreOffice-Math. So, dann haben wir Grafik. Da ist GIMP. Also GNU Image Manipulation Program ist GIMP. Und noch ein paar Anzeigeprogramme. Dann Internet haben wir den Hexchat und Palmoon. Kein E-Mail-Client vorinstalliert. Das finde ich auch sonderbar, aber okay. So, Multimedia. Da haben wir den VLC Media Player vorinstalliert. Ja, ganz schön passend mit Weihnachtsmütze. Dann haben wir noch Volume-Icon und XF Burn. Okay. Und dann geht es weiter mit den Settings. Hier gibt es eine ganze Reihe von Einstellungen, die ich hier an Manjaro i3 vornehmen kann. Genauso wie bei System. Da habe ich dann noch ein paar System-Tools, wie zum Beispiel eben Conky. Das sind dann diese zwei Informationssachen, die hier links und rechts unten angezeigt werden. Dann der Dateimanager PCman.fm ist vorgegeben, vorinstalliert. Ja, hier kann ich mich dann quasi auch grafisch durch mein System quasi mich navigieren. Mit STRG H werden mir dann auch die versteckten Dateien angezeigt. Sehr gut. So, wieder schließen. Und Z. Gucken wir mal weiter. Was haben wir sonst noch? G-Parted, das ist quasi Partitionsmanager. H-Top ist vorinstalliert. Das ist dann im Prinzip sowas wie der Taskmanager. Hier sehen wir schon Memory. 466, also unter 500 MB an RAM verbraucht er. Im Leerlauf neu, frisch neu gestartet und im Leerlauf sind es sogar unter 400 MB, die er dann nur verbraucht. Ja, also i3 ist als Fenstermanager deutlich sparsamer und ressourcenschonender als eine Desktop-Umgebung wie zum Beispiel Gnome oder auch KDE. Gerade Gnome ist ja sehr, sehr ressourcenhungrig. So, F10 gedrückt und dann sind wir wieder raus. Dann mit Mod Z wieder das kleine Menüchen geöffnet und dann gucken wir mal, was hier bei System noch steht. Login-Window, Printing, Manjaro Hello kann ich von hier aus dann eben nochmal aufrufen, falls ich noch was anderes installieren möchte, zum Beispiel über diese Softwareleiste. Dann Ranger. Ranger finde ich sehr interessant. Das ist ein Konsolendateimanager. Sieht sehr cool aus. Und auch hier werden mir jetzt die versteckten Dateien, also die .files nicht angezeigt und auch das kann ich mit STRG-H einfach anzeigen lassen. Und dann kann ich hier zum Beispiel mir die Dateien auch gleich anzeigen lassen, den Inhalt. Ja, Bash-History, wenn ich hier auf Bash-RC gehe, sehe ich rechts gleich, was in der Bash-RC eingetragen ist. Das ist absolut fantastisch. Also ich nutze den tatsächlich sehr, sehr gerne, den Ranger. So, hier haben wir dann noch die Config-Datei einfach mit der File-Taste nach rechts und dann wird mir auch der Inhalt der Config-Datei angezeigt. nochmal nach rechts und dann wird der Standard-Editor aufgemacht. In dem Falle ist es Nano als Standard-Editor. Ja, hier sehen wir auch dann unsere Bearbeitung, die wir haben. Jetzt kann ich mit STRG-X hier wieder raus und dann bin ich wieder im Ranger drin. Also hier wird sehr, sehr viel, ja, konsolenartig gearbeitet. Mit der File-Nach-Links-Taste komme ich hier auch wieder zurück und kann mich jetzt hier noch weiter durch meine Konfigurationen durcharbeiten, wenn ich das denn möchte. So, dann einmal raus mit Windows-Shift und Q, also Mod-Shift-Q. Und was haben wir sonst noch? Gucken wir noch, System, da war ja noch was. Das, oder hatten wir alles, Ranger Toolbox ist noch das, ist das, dieses Menü, was wir auch schon hatten, wo dieser W3-W-Browser, wo wir den hätten starten können. URXVT, das ist quasi die Standard-Konsole, das ist das Terminal, was uns die ganze Zeit angezeigt wird. Das ist URXVT. So, und hier haben wir noch Bau-H, steht hier, einmal Add-Remove-Software, das ist Parmak und Bau-H. Bau-H ist quasi ein Paket-Manager, wo ich eben auch AUR, also Arch-User-Repository-Programme anzeigen lassen kann oder installieren lassen kann. So, hier sagt er, es ist eine neue verfügbar, das ist auch erstmal okay. So, und hier zeigt er mir jetzt quasi alles an, was schon installiert ist und alles, was ich aus dem Arch-User-Repository noch haben möchte, kann ich dann hier einfach suchen und dann entsprechend auch installieren. Hier zeigt er mir jetzt Updates an, ich möchte jetzt hier aber erstmal nur Apps angezeigt haben. Und hier zeigt er mir jetzt an, welche Apps ich alle so installiert habe, inklusive eben den aus dem Arch-User-Repository. Schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt hier mal mit den Workspaces machen können. Und zwar gibt es ja hier unten, steht die 1, das heißt, wir befinden uns jetzt auf Workspace Nummer 1. Und wenn ich jetzt mal D-Menü nochmal das Hello aufrufe, Manjaro Hello, so, dann wird das jetzt hier angezeigt. Und wenn ich jetzt mit, so wie es hier steht, mit Mod und 2 drücke, befinde ich mich auf dem zweiten Workspace. Insgesamt habe ich 8 und hier in diesem Workspace ist jetzt nichts drin, da kann ich jetzt zum Beispiel zwei Konsolen mal öffnen. Ich habe jetzt hier eine Konsole, die zeigt jetzt das an und die zweite zeigt jetzt meinetwegen das an. Sieht fast gleich aus, sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Und dann kann ich hier auch wieder auf die 1 gehen, entweder indem ich hier draufklicke oder Mod 1 drücke. Und dann kann ich so zwischen diesen Workspaces, also zwischen diesen Ansichten hin und her schalten. So, wenn ich jetzt aber dieses eine Fenster auf Workspace 1 verschieben möchte, kann ich das auch, indem ich einfach mit Mod und Shift gedrückt halte. Und dann die Zahl, wohin, auf welches Workspace ich das verschieben möchte, in dem Falle auf die 1. So, und zack, da sehen wir, sind wir jetzt auf die 1 gesprungen. Hier ist immer noch das Manjaro Hello zu sehen und dieses Terminalfenster befindet sich jetzt ebenfalls auf der 1. Und wenn ich hier nochmal in die 2 gehe, dann sehe ich, hier ist das andere Terminalfenster, welches sich immer noch in der 2 befindet. Und so kann ich das teilweise, also bis zur 8, kann ich das hier 7, 6, 5, 4, 3, kann ich das jetzt hier quasi durchmachen, 3, 4 und so weiter. Kann ich jetzt hier Workspace für Workspace durchgehen. Und auf jedem Workspace, wo sich gerade ein Fenster befindet, wird es mir auch unten angezeigt. Wird ein Workspace unten nicht angezeigt, dann ist das im Prinzip auch leer. Dann ist es quasi nicht da. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf die 3 gehe, dann ist die 4 weg, weil auf der 4 nichts war. Ich kann hier mit Exit das Terminal verlassen und dann in die 2 gehen. Und dann verschwindet auch die Anzeige 3 unten. So, das werden wir jetzt hier auch mal alles einfach schließen. Gehen hier wieder in die 1 und werde auch das mal kurz schließen. Und das hier. Und dann schauen wir uns doch einfach mal die Konfigurationsdatei von i3 genauer an. Das machen wir, ich mache das gerne mit vim.i3.config Und das sieht natürlich jetzt alles ziemlich technisch aus hier an sich. Wenn man da erstmal so ein bisschen durchgestiegen ist, macht das tatsächlich ziemlich viel Sinn. Hier zu Beginn sieht man auch schon das, was ich auch anfangs gesagt hatte. Mod 4 wird hier festgelegt als Mod-Taste. Und Mod 4 ist quasi die Super-Taste, also die Windows-Taste. Habe ich keine Windows-Taste, kann ich auch statt Mod 4 zum Beispiel Mod 1 eintragen. Und das wäre dann die Alt-Taste. Ja, so hier haben wir unser Display-Layout schon festgelegt, dass er das machen soll. Ja, und hier werden dann im Prinzip alle Sachen eingestellt. Hier steht der Rahmen in Pixel, ein Pixel großer Rahmen, ein normaler Rahmen. Das kann man dann hier wirklich alles ganz genau festlegen, wie die Fenster nachher aussehen sollen. Wenn sie zum Beispiel wie jetzt im Vollbildmodus sind oder wenn jetzt noch ein zweites Fenster dazu kommt, wie soll es sich dann verhalten? Weil dann sehen wir das oben, unten, links, rechts und so weiter. Ja, dann entsprechend eine Lücke ist, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Ebenso wird hier mit Bind-Sim festgelegt, wie die Tastenkombinationen sind. Ich kann also hier genau festlegen, mit welcher Tastenkombination ich welches Tool oder welches Programm öffne oder auch welche Funktionen ich mit einer Tastenkombination ausführen möchte. In dem Falle startet Mod-Return, also die Windows- und die Enter-Taste, dann das Terminal, das Standard-Terminal. Und mit Windows, Umschalt und Q wird das Ganze dann einfach geschlossen, und zwar das aktuell fokussierte Fenster. Ja, so kann ich jetzt mich hier durcharbeiten. Hier haben wir noch, ich scroll mal ein bisschen runter noch. So, hier haben wir noch ein paar andere Applikationskürzel. Zum Beispiel mit den F-Tasten. F2 war der PAL-Moon-Browser, das hatten wir schon mal getestet. Und mit Mod-F3 wird dann zum Beispiel der PC-Man-FM geöffnet. Wenn ich den nicht so mag, kann ich den einfach ausklammern, wie zum Beispiel hier einfach eine Raute davor und dann zum Beispiel den Ranger als Standard-Dateimanager machen. Das heißt, wenn ich dann Mod-F3 drücke, wird dann entsprechend der Ranger gestartet. Hier bei Fokus wird dann festgelegt, wie ich denn den Fokus des jeweiligen Fensters verändern kann. Zum einen, wenn ich jetzt hier nochmal öffne, kann ich ja einfach mit der Maus hin und her, und dann sieht man, das flackert so ein bisschen. Das heißt, da, wo der Mauszeiger sich gerade befindet, da das Fenster ist auch aktiv, möchte ich die Maus aber nicht verwenden, kann ich zum Beispiel mit Mod, also mit der Windows-Taste und den Buchstaben J, K, L und Semikolon, kann ich dann entsprechend hin und her schalten. Ja, hier habe ich jetzt mit J hin und her. Ich kann aber auch die Pfeiltasten benutzen, das haben wir dann hier weiter unten, ja, links, rechts und so weiter. Selbst wenn ich jetzt noch ein Fenster hinzufüge, und ich könnte zum Beispiel hier unten noch ein Fenster hinmachen. So, jetzt haben wir jetzt mal ein paar Fenster hier, und dann kann ich hier mit der Maus, äh, nicht mit der Maus, mit der Windows-Taste gedrückt halten, und dann mit den Pfeiltasten hier einmal durch den Fokus der einzelnen Fenster einfach durchgehen. Das ist natürlich alles eine ziemliche Gewohnheitssache. Es macht aber durchaus Spaß, wenn man einmal drin ist, äh, in der gesamten Geschichte, und man sich so ein bisschen an die Tastenkombination auch gewöhnt hat, äh, wird man ziemlich schnell feststellen, dass man deutlich effektiver und schneller arbeitet, als mit der Maus ständig irgendwo hinklicken und hinscrollen und auf, und dann klappt sich noch ein Fensterchen auf, und dann muss man da nochmal hinklicken. Das kann, äh, durchaus ziemlich nervend aufreibend sein. Und, äh, ja, mit der Tastenkombination, mit den Tastenkürzeln kommt man ziemlich schnell zu seinem Ziel. So, hier haben wir jetzt die Workspaces, und hier kann ich diesen Workspaces eben auch Namen vergeben. Ganz unten steht ja jetzt aktuell die 1, und da kann ich zum Beispiel sagen, das soll mein Terminal, mein Terminalfenster zum Beispiel sein, und das zweite könnte zum Beispiel das Browserfenster sein, oder einfach, das nenne ich mal Internet, ja. Nur mal so als Beispiel kann ich das einfach so benennen. gleich mal speichern, und, äh, dann ziemlich weit hier unten kann ich dann festlegen, bei Open Applications on Specific Workspaces, kann ich festlegen, welche Applikation sich wo öffnen soll. So, wir machen hier nochmal eine Raute davor, weil den Thunderbird habe ich gerade nicht installiert, aber Palmoon zum Beispiel, äh, möchte ich dann, immer wenn ich Palmoon öffne, möchte ich, dass der automatisch auf Workspace 2, ja, da haben wir gerade Internet benannt, äh, auf Workspace 2 geöffnet wird. Und bei 1 Terminal können wir zum Beispiel sagen, dass wir hier, das machen wir jetzt einfach mal, nennen wir einfach mal Terminal, und wir öffnen das Ganze in Workspace 1 automatisch. Also immer wenn ich, äh, Mod Enter drücke, öffnet sich auf meinem Workspace 1, welchen ich jetzt Terminal benannt habe, öffnet sich dann das Terminal. Das können wir einfach mal ausprobieren. Und, indem ich jetzt das Ganze speichere und rausgehe, dann werde ich mich jetzt einmal ausloggen und nochmal einloggen, damit das Ganze jetzt auch greift. Jetzt sehen wir unten schon, äh, ist Terminal. Ich werde jetzt hier mal das, äh, wegmachen. So, hier unten steht jetzt Terminal, ne, ne, wenn ich jetzt auf Workspace 2 gehe, steht da Internet. Und wenn ich jetzt mal, äh, im Terminal bleibe und ich zum Beispiel die Windows und F2-Taste drücke, dann öffnet sich jetzt der Pale Moon Browser, und zwar im Reiter Internet. Und wenn ich jetzt, äh, Mod und Enter drücke, dann öffnet sich das Terminal hier. Das hat natürlich, äh, nicht geklappt. Das war jetzt der Fürfü-Effekt. Ich habe leider nicht rausgefunden, woran das jetzt liegt. Ich habe bestimmt irgendwo einen Fehler gemacht, falsch benannt oder so. Wie auch immer. Aber zumindestens hat das mit dem Internet Browser, äh, ja, funktioniert. Ja, dieser öffnet sich jetzt quasi, wenn ich jetzt hier gehe und nochmal F2 drücke, öffnet sich eine zweite Instanz auf dem Workspace Internet, also auf dem Workspace 2. Äh, äh, Updates werden, äh, gewöhnlich so durchgeführt, wie man das unter einem Arch Linux auch gewohnt ist und Installationen entsprechen. Ja, also ganz einfach mit sudo pacman minus s, y und u. Einfach, äh, Passwort rein und dann können hier die, ähm, Pakete aktualisiert werden. Hier zu Beginn werden jetzt erstmal nur die, äh, Keys, die Arch Linux Keys entsprechend, ja, nachgereicht und noch ein paar Abhängigkeiten aufgelöst und dann kann ich jetzt hier, äh, ja, Pakete installieren. Insgesamt, äh, über einen Gigabyte möchte der jetzt runterladen. Da werde ich jetzt erstmal Nein drücken. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das dauert mir jetzt einfach auch ein bisschen zu lange dann. Pakete installieren geht dann ebenfalls recht einfach auch über die Konsole. Auch wieder sudo pacman minus s, ein großes s, und dann kann ich zum Beispiel neofetch installieren. So, ne, und das, die Installation geht wirklich richtig, richtig schnell. Ganz kurz noch zum Fenstermanager an sich. Äh, ein Fenstermanager sollte tatsächlich nicht verwechselt werden mit einer Desktop-Umgebung, denn ein Fenstermanager macht tatsächlich in seinem Ursprung genau das, was der Name auch schon sagt, nämlich die Anordnung von Fenstern managen. Wenn ich also hier ein Fenster öffne, wird es automatisch daneben geöffnet. Das ist ganz klar. Möchte ich jetzt noch ein Fenster öffnen, dann macht er bei I3 das so, dass das Fenster nochmal rechts daneben, und das macht er so häufig, bis irgendwann kein Platz mehr ist. Ähm, jetzt machen wir nochmal zu. So, ich kann aber, wenn ich Windows und Q, also Mod und Q drücke, dann sehen wir jetzt auf der Unterseite befindet sich jetzt so eine etwas dickere Linie, die kann ich jetzt auch immer zwischen rechts und unten hin und her schalten. Und wenn die Linie unten ist und ich jetzt zum Beispiel ein neues Terminal öffne, wird dieses Terminal unterhalb geöffnet. Jetzt kann ich das zum Beispiel wieder daneben öffnen und dann da drunter. Ja, und dann kann ich so meine Fenster entsprechend anordnen. Ebenso kann ich dann auch hier auch nochmal ein Fenster unter dem Hauptfenster öffnen. Das ist Sinn und Zweck des Fenstermanagers. Dann hatte ich noch versprochen, das machen wir gleich mal auf Nummer 3, auf Desktop 3, dass wir nochmal schnell die Hintergrundbilder uns mal anschauen. Und zwar gibt es dazu, ich öffne mal im D-Menü, das Programm Nitrogen. Hier werden dann allerlei Bilder angezeigt. Dann kann ich jetzt hier im Prinzip einfach mal die Bilder so durchgehen. Also hier gibt es wirklich hervorragende, wunderschöne Desktop-Hintergrundbilder. Da können wir jetzt mal hier einfach auf Apply gehen. Und dann gucke ich einfach mal hier. Oder zwei. So sieht das Ganze dann aus. Ja, alles wunderschön. Blue Mountain haben wir. Dann haben wir hier Breathe I3 JPEG. Gucken wir mal einfach Apply. Und dann gucken wir hier. So sieht das Ganze dann aus. Und hier gibt es wirklich wunderschöne Desktop-Hintergrundbilder. Gerade auch für Manjaro mit I3 Hintergrund. Also wenn du dich da mal ein bisschen durchschauen möchtest, lad dir einfach mal I3 herunter. Lerne I3 den Fenstermanager mal kennen. Ein Fenstermanager ist mal was völlig anderes als eine Desktop-Umgebung. Und ermöglicht einen wirklich einen völlig anderen Workflow. Eine Art und Weise, wie man mit dem Betriebssystem umgeht. Wie man überhaupt mit sich selber auch umgeht. Indem man einfach ein bisschen öfters auf die Maus verzichtet, um dann entsprechend mehr mit der Tastatur zu arbeiten. Was natürlich ein bisschen besser ist auch für die Handgelenke. Manjaro selber ist eines der besten Betriebssysteme, die es momentan mit gibt. So auf dem Markt, sage ich mal, ist nicht umsonst auch Platz 3 auf distrowatch.org zu finden. Und Manjaro Linux eignet sich hervorragend wirklich für absolute Einsteiger und Umsteiger, die jetzt von Windows oder Mac aus kommen. Klar macht sich dann wahrscheinlich eine Desktop-Umgebung erstmal deutlich besser für den Anfang. Gerade mit den Community Editions, wo auch die Fenstermanager mit dabei sind, spricht Manjaro ganz klar auch Profis an, erfahrene Linux-Nutzer, die ein wirklich gutes, sauberes und stabiles Betriebssystem haben möchten. Hast du denn schon Erfahrungen mit Manjaro gemacht? Lass es mich einfach unten in die Kommentare wissen. Und vergiss nicht, einfach in so einen Typ im Internet-Space beizutreten, direkt in der Matrix. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Bis zum nächsten Mal.